Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Nach der ersten Erkältung hat mich die zweite eingeholt und ich bin mal wieder heiser. Aber heute ist eigentlich schon ziemlich viel besser. Folge, Folge wollten wir eigentlich... Genau. Wollten wir eigentlich hier vorne durch, sag ich mal. Guck mal kurz, wie viele Batterien wir haben. Zwei. Problem ist nur, der Fettsack rennt hier rum. Und ich hab's absolut nicht hinbekommen. Äh, die Sprinkleranlage wie... Entschuldigung. Wie, äh, vom Spiel vorgeschlagen anzustellen. So, hier ist jetzt noch nicht wirklich was los. Sobald ich da vorne hingehe... ...wird der... ...rankommen. Jetzt hab ich aber auch gesehen, äh, wo mein Fehler war. Mensch, das hätte ich letzte Folge noch rausfinden können. War ja direkt daneben. Hätten hier nur auf den Knopf drücken müssen und dann wär's passiert. Naja, gut. So, jetzt müssen wir warten, bis er... ...bis er eine Runde dreht. ...und am richtigen Punkt ist. Na? Ich weiß halt nie, wo er zuerst lange läuft. Es kann doch sein, dass ich mittendrin mal Pause machen werde, um mir einen neuen Tee zu holen. Oh, der ist aber nah. Oh, der ist aber nah. So. Jetzt klopft er sich. So, jetzt würde ich mal gucken... ...wann er hier reinläuft. Und wenn er hier drin ist, können wir nämlich zum ersten Wasserventil. Und ich muss Batterien sparen, da soll... ...werde ich nicht so lange den Camcorder drauf halten. Wo ist er denn? Ach ja, wie renne ich nochmal? Springen ist leer, Batterie ist R. Nachtsicht F. Das hab ich mir alles gelernt. Ah, Umschalt ist R... ...Umschalt ist Rennen. Ah, da ist er. Das ist gut. So. Jetzt können wir hier vorne lang. In the baths. Ich hoffe, dass ich noch Batterien finde. Aber die sind ja auch, glaube ich, bei Laundry. So. Äh, falls jemand die letzte Folge nicht gesehen hat... ...ich bin ziemlich gespoilert, weil ich das hier alles schon einmal gemacht hab. Wenn nichts... Entschuldigung. Wenn nichts Unerwartetes geschieht, dann... Ähm... Äh... Wenn sich nichts verändert hier... ...bleibt alles so, wie es ist. Nein, ähm... ...bleibt, äh... ...dann weiß ich genau, wo wir lang müssen. So, was da ist... Ah, ist da ein Eins ist wieder an. Der Zweite ist ziemlich... ...an der ziemlich beschissenen Stelle. So. Jetzt müssen wir hier mal ein Auge drauf halten. Denn hier läuft er auch irgendwann lang. So. Na, komm schon. Extra kleine Tasse Tee, damit ich auch nicht so häufig laufen muss. Problem ist nur... ...hab die schon halb leer getrunken, bevor ich angefangen hab. Wo bleibt er denn? Nutze ich den Moment und putze mir mal eben die Nase. Sekunde. So, kann weitergehen. Mir geht's auch ansonsten nicht... ...auf wenn's jetzt nicht so anhört. Mir geht's nicht übel scheiße. Ich bin nur übel... ...zu. Ähm... ...und ja. So, er kommt nicht. Er ist nicht gut. Mein Hustensaft ist heute auch alle gegangen. Aber ich hol heute neun. Haben ja Samstag. Weil sonst würde ich hier alles zuhusten. Hä, der war letzte Folge doch viel schneller unterwegs. Ich weiß, dass wenn ich jetzt gleich einfach rausgehe, läuft er mir sowieso nur entgegen. Da hab ich, äh, hab ich, äh, äh, hab ich einen Hang zu. Genau dann rauszugehen, wenn sie kommen. Batterie lag ja hier nirgends, ne? Nein. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann kommt ja 100 Pro. Da spielt wer Basketball. Hallo? Das ist ein bisschen doof. Hier sieht man auch nix, ne? Warte, hier ist das... Ne. Ich frag mich, wo der ist. Okay, lausche auf. Sag ich ja. Sobald ich nach vorne gehe, dann ist er da. Oder man muss das triggern. Kann natürlich auch sein. Machen wir jetzt direkt den zweiten Hahn an. Entschuldigung. Oh. Hm. Hm. Moment. ねぇ. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ist jetzt auch mal gut hier. So. Ich weiß nicht, wo der mich jetzt gesehen hat. Zehn Minuten sind schon wieder rum. Ich hab ein Ventil auf, so ein Dreck. Ich kann halt auch zum anderen Ventil, also da, wo ich den Hebel anmache, glaube ich, zurückrennen und mich da verstecken. Oder? War da was? Also ich höre gerade wieder die Ketten. Da kommen sie. Von da. Ah. Ich meine, hier kann ich theoretisch immer weiterlaufen. Theoretisch. Weiterlaufen, hierhin kann ich eigentlich mich immer wieder hin zurückziehen. Zumindest so meine Vermutung. Also ich bin zu langsam, dann zieht der mich aus der Engstelle raus. Ist natürlich gut, dass das jetzt so laut ist hier. Ach Mann. Das Ding ist, ich will halt nie meinen Fortschritt zunichte machen, indem ich zu voreilig bin. Warten wir nochmal, bis er hier ist. Äh. Ich bin gerade im Überlegen. Ich denke, ich hole mir mal eben einen neuen Tee. Machen wir hier kurz Pause. Und überlege mir, ob ich jetzt gleich einfach mal da durchsprinte. Ja. Bis gleich. Oh, warte mal. So, hab mich mit einem neuen Tee bewaffnet. Und mir gedacht, so viel haben wir eigentlich noch gar nicht gemacht. Im Westcase holst du uns weg. So, hör ich den jetzt gerade? Nee. Gut, jetzt hör ich ihn. So, von hier müsste ich doch zur Tür. Ich glaube, dass ich von hier bis zur Tür gucken kann. Kann ich nicht. Hab mir eigentlich einen Husten morgen geholt. Aber gut. So schnell wirken die natürlich auch nicht. Werd kommt der hier denn ran? Ziemlich weit. Wird sagen, er steht hier vorne direkt. Und taucht neben den Schrank an die Wand. Aber der hat halt viel Bass in der Stimme, ne? So, hier bin ich jetzt hingelaufen, weil ich hoffe, wir hier einen Batterien finden zu können. Ich glaube, der ist noch in der Nähe. Hör die Kette noch. So, jetzt ist die Kette weg. Keine Batterie. Da liegt vielleicht was. Keine Batterie. Was gibt's da nicht? Gibt's hier keine Batterien? Fuck. Fuck. So, jetzt schmeißt der mich weg. Jetzt muss ich rennen. Okay. So, jetzt geht's der Herr. So, okay. So. So, начинается? Wo bin ich denn hier? Oh? War ich jetzt schon? Ja, hier war ich schon. Ich weiß, dass meine Batterie gleich alle ist. So. Wir haben jetzt nur noch diese eine Batterie hier. Das ist schlecht. Ah, ich sehe ihn. Sehr gut. Jetzt ist so die Sache. Meiner Meinung nach müssen wir hier in den Raum, wenn er da vorne hinten hingeht. Hä? So, jetzt geht er da vorne lang. Mist, ich habe nicht viele Batterien. Aha. Jetzt weiß ich auch, warum ich den manchmal so lange gehört habe. Jetzt ist er schon wieder da vorne in Fire. Ich glaube, das ist... Fire Department? Ist nur hier vorne hingelaufen, dann wieder zurück. Sieht man den Punkt ja, ne? Mal gucken. Das hört sich an, als ob er weiter weg wäre. Ne, doch nicht. Alter, der sitzt da ja auch wie auf hohen Eiern, ne? Auf dem Raum hier. Wie soll ich denn da hin? Warte mal, geht der überhaupt... Hier vorne ist ja so ein Gang. Geht der da überhaupt durch? Ja. Tutsche. Tutsche. Ach, hier ist Laundry Room. So, aber reingehen tut er hier nicht. So, wir wissen ja schon aus letztem Mal, wenn er überhaupt hier hinkommt, geht er zum anderen hin. Jetzt hören wir einfach kurz, bis er wieder zurückkommt. Und dort ja meist nicht lang. Ach ja, sorry, dass das so aufgenommen werden muss, aber aktuell habe ich es hinbekommen. Ich habe mal auf dem Uploadplan geguckt. Jeden Tag eine andere Folge. Das heißt Gothic, Dark Souls oder Outlast. Und ich finde, das ist gar nicht schlecht. Können wir gucken, ob wir das nicht aufrechterhalten können. Oh, jetzt geht er aber tiefer. in den Raum rein und es gibt zwei Kollisionen. Warte mal, irgendwas habe ich nicht richtig auf meinem Plan. So, er ist wieder weg. Irgendeine Batterie hier? Nicht? So, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt schon? Nee. Nee. Der ist jetzt gerade um zurückkommen, da würde ich dem voll in die Arme laufen. Ja, ich würde immer weggehen. Ah, ich dachte drünkelicke Maustaste zum Aufheben. Kommt der schon wieder? Es nervt, wenn diese Musik lauter ist als seine Kette. Kann er das eigentlich einstellen? Allgemein, blickempfindlichkeit, Lautstärke, ne es gibt nur Lautstärke, Untertitel-Controller, Hocker ein aus, Linkshänder, ne, eigentlich alles okay, ne, das passt, so, noch ein neues Hustenbonbon, noch ein bisschen Mut hier, Mut in Bonbonform, geh mal kurz hier hin, wir sind wir näher am Gang und können ihn besser hören. Bloß, geh raus. jetzt ist er im gang jetzt muss ich gucken wo er lang läuft gut ich denke wir haben wasser druck ist im grünen bereich alles oder nichts ich weiß jetzt nicht wo ich lang muss aber ich denke mal hier irgendwo konnte mal eben so sorry mein kater wollte rein und die tür war zu also hier musste ich mich drunter blicken ich weiß jetzt aber nicht wo ich lang muss da längs bräuchte mal batterien wo muss ich mir jetzt lang wo 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 que hat c.... 9 Doch Nein Oh Mann Wir haben mit dem Typ um die Ecke gerechnet, ich nicht Keine Batterien Das gibt es doch nicht Der auch nicht Wie gemein Ich weiß noch, dass ich letzte Folge Glaub ich vier hatte Dann habe ich sie, denke ich, aufgesammelt Und dann waren sie jetzt weg So Oh fuck Exit Moment Sekunde Ah, guck mal Ne Ja Also Eben den Schluck drunken Und trinken So Was steht da MK-Ultra-Programm CIA-Mori Dokument Nr. 14-0-4-0-1 Seiten 1-5-9 Auszüge Eine Akte Betrefft Sonderprojekt Bluebird Entschuldigung Allgemeines Problem in den letzten Monaten War hat Bluebird versucht Mithilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung Und Verwendung herauszufinden, welchen Wert Falls überhaupt SI- und H-Techniken Schlafinduktion Und Hypnose Für Kriegsprobleme Und spezielle Probleme Der Agency haben Können wir durch Post-H-Kontrolle Eine Handlung steuern Die der Grundsätzlichen Moral Einer Person Widerspricht Können wir unter allen Umständen Eine Vollständige Amnesie Garantieren Können wir die Persönlichkeit Einer Person Verändern Wie lange hält diese Veränderung an Wie funktioniert Eine Schlafinduktionsmaschine Genau Ich dachte Wir hätten jetzt Mehr Seiten So Kann ich Nice Batterie Okay Aus mit dem Camcorder Wir sollen raus Suche Vater Martin Ich sehe nichts Nicht mal mit Camcorder Was Ist denn Schlüssel Notwendig Ekelhaft Ekelhaft Sonn Dreck 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 Hä? Hä? Ach lol, ich finde einen Pfarrer nicht, wo muss ich hin, also hier sehe ich noch ein bisschen was durch, auch ohne Batterie. Wo muss ich lagen? Hä? Ist das richtig? Nee. Jetzt muss ich mich hier blind durchtasten. Nee, nee, mit dem Teil ist schon nicht schlecht. Ohne ist Kacke. Warum muss das draußen, Entschuldigung, warum muss das draußen denn so dunkel sein? Oh, nice, ne Batterie. Danke dir. Hätte mir auch mal einer sagen können, dass man ein bisschen was durch das Ding sieht, auch ohne Batterie. Mann. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach, wieder beim Eingang. Ja, klasse. Mhm. Nice. Hä? Ich glaube, ich muss da lang. Nee, warte mal. Wo muss... Ah. Ah, diese Blätter, die hier immer kommen, oi, er fühlt mir glatt schwindelig, du. So, da ist eine Tür. Vielleicht müsste hier irgendwo ein Schlüssel sein. Ich habe jetzt drei Batterien, ich lade mal einmal auf. Oh, jetzt sieht man mehr. Ja, gut, das ist ja auch normal, ist ja auch jetzt wieder Strom drauf, ne? So, hast du einen Schlüssel? Nein? Ich kenne nicht mal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul, hä? Ja, hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leben größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Nee, danke, du kannst ruhig auch ohne mich gehen. So. How alive are you? Aktuell minus zwei Finger. So, hier liegt nichts im Busch. Also noch eine Batterie? Dankeschön. Ja. Was ist das denn hier? Noch eine Batterie. Noch eine Batterie. Ja gut, man findet sich hier kaum zurecht, ne? Und der Schlüssel für den Wartungsschuppen. Den brauchen wir auch, das ist gut. So. Da ist der Wartungsschuppen. Ja, hier können wir ja Feierabend machen. Ich weiß, es ist spannend, aber hier können wir Feierabend machen, weil es passend gespeichert hat. Gut, die lade ich euch für heute hoch. Außer wenn Samstag schon was da ist. Dann ist die für Sonntag. Ich muss mal gucken, für wann noch was fehlt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung für die ganzen Heiserkeits. Sucht man sich nicht aus. Tschüssi.